Was ist Kreativität für jedes Unternehmen? Und wieder zurück auf philosophische Debatten. Kreativität ist in der Tradition der Philosophie am engsten verbunden mit überhaupt Wertfragen, mit der Frage des Guten. Sozusagen das Schöne und das Gute, das weiß man in der antiken Philosophie, ganz eng miteinander verbunden. Und Kreativitätsfragen sind eigentlich eine moderne Formulierung von Wertfragen. Also das heißt, ein Mitarbeiter, der kreativ tätig ist, tut eben nicht nur, was er will, sondern er versteht sozusagen auch den Wert der Tätigkeit, die man durchführt und kann diese so fördern. Der Kreativitätsbegriff beinhaltet eigentlich auch etwas sozusagen für die Ewigkeit schaffen. Ich könnte Ihnen jetzt was von der platonischen Philosophie erzählen, wo es heißt, ja was heißt denn eigentlich das Gute und das Schöne schaffen? Und das heißt nicht, das Gute und das Schöne anbeten und haben, oh ist das toll, sondern das heißt gerade aus dem Bedarf heraus und aus seiner Notwendigkeit und teilweise auch aus seiner Hilflosigkeit heraus etwas zu schaffen, um diese Notwendigkeit und Hilflosigkeit zu überwinden. Ein kreativer Mitarbeiter ist also einer, der gerade dort, wo ein Unternehmen oder wir alle eben bedürftig, hilfsbedürftig und in Not sind, nach einer Lösung sucht und diese bereitstellt. Und deshalb ist es eigentlich immer der erste und oberste Wert, überall, nicht nur im Unternehmen.